ja herzlich willkommen liebe video freunde ich bin in bingen und das seit gestern und bin gut angekommen ja hab gestern nicht allzu viel mehr gemacht bisschen spazieren gegangen und die ag gegend hier erkundet und ja unsere pläne haben sich dann mittlerweile jetzt auch geändert eigentlich wollte ich drei tage hier bleiben das hat sich geändert weil michael heute angerufen hat und er hat ein problem der sitzt in der türkei und kommt nicht weg der flieger ist kaputt jetzt müssen sie erst ein ersatzteil einfliegen eigentlich wollten wir ja übermorgen ist vatertag wenn ihr das seht ist das schon lange vorbei wollten wir in seine heimat fahren in sein heimatdorf und da wollte er gerne mit seinen kumpels feiern das wird nichts ja und deswegen habe ich mich entschieden auch hier etwas frühzeitig abzureisen von bingen und vermorgen nach enke wo ich schon mal war an die mosel weil ich den stellplatz sehr schön fand hier in bingen der platz ist eigentlich so sehr schön man hat also direkt am platz wasser man hat am platz strom also das ist schon toll aber es ist so ohne rat und so ist hier nicht allzu viel zu sehen in die stadt muss man halt doch relativ weit rein laufen und ja so in der näheren umgebung hier ist jetzt nicht so viel zu sehen und wenn man ohne rat ist ja dann wird es dann irgendwie doch schnell langweilig deswegen fahre ich auch morgen hier weg und fahre dann schon nach enkirch rüber ja das ist der plan bei mir gibt es jetzt wieder ein bisschen was zu essen ich mache mir heute salat mit putenbrust und eigentlich sollte es mango dazu geben aber sie ist noch unreif die habe ich gerade geschild die hat sich von außen relativ gut angefühlt aber von innen war sie doch noch zu hart und die kann ich nicht benutzen das muss mir ein bisschen was anderes einfallen lassen jetzt hatte ich eigentlich eigentlich hatte ich für morgen noch mal ein essen geplant das habe ich mir wieder vom roland rettel abgeschaut das wollte ich eigentlich morgen kochen aber jetzt kommt michael ja morgen jetzt muss ich morgen irgendwie noch mal sehen was ich für mich morgen mache so heute gibt es aber erst mal jetzt spinat baby blatt spinat frischen mit hähnchen geschnetzeltes so jetzt ist das fleisch schön kross angebreiten und jetzt mache ich noch über das fleisch ein bisschen siehrenkörner rüber und lassen damit anrösten so jetzt habe ich hier das fleisch mit den angereiften sesamtörnern drüber und jetzt habe ich mir überlegt ich mache noch ein bisschen und noch ein paar kürbiskörner die habe ich auch schon drin machen wir mal ein paar drunter auch und zu guter letzt natürlich natürlich noch ein bisschen parmesan so machen wir noch mal ein bisschen vinaigrette drüber und schaut doch ganz gut aus ich sitze hier vor meinem frühstück das muss ein bisschen zügig gehen weil ich fahre nämlich gleich weiter ja und heute früh beziehungsweise gestern abend war ich etwas knatschig auf mein mann aus dem einfachen grund die gasflasche ist alle gestern abend habe ich gemerkt oder beziehungsweise es hat gepiept und zwar war der kühlschrank in bad neuem auf gas gestellt und ja dann bin ich ja von bad neuem her gefahren habe das gas nur zugemacht und habe sie wieder angemacht dann hat er sich automatisch wieder auf gas gestellt also lief jetzt noch mal anderthalb tage über gas das hat dann den rest gegeben aber ich habe das schon lange gemerkt dass die flasche nicht mehr so hundertprozentig voll ist das hat man an der gasflamme einfach gemerkt und mich hier sagt auch damit kannst du noch ein leckeres vierteljahr fahren gestern abend piepte dann der kühlschrank und ja gas alle und ich habe noch nie in meinem leben eine gasflasche gewechselt ich weiß eigentlich gar nicht wie das geht ich habe aber gestern zwei herren hier gefragt die haben mir das schon mal abgeschraubt ist eine teil an mir gezeigt ich weiß ja dass das immer verkehrt herum gedreht wird und dann habe ich heute früh hier ist in der nähe ein sanitärgeschäft da habe ich angerufen und habe gefragt ob die gasflaschen haben weil das hat mir der eine herr gestern abend gesagt und die haben welche und da frage ich nachher hin und dann habe ich auch gleich gefragt ob man ob sie mir helfen könnten bei der gasflasche haben die gesagt nein das dürfen sie nicht und ich so und ne bitte nicht ne und dann habe ich gesagt kann wenigstens einer mitkommen weil es wäre schön wenn mir auch einer hilft ich weiß gar nicht ob ich die flasche allein hoch geben kann die ist ja so schwer ja das kriegen wir hin aber beim anschrauben das dürfen sie nicht aus versicherungstechnischen gründen und dann sage ich vielleicht kann einer daneben kurz stehen bleiben wenn ich sie andrehe und anschließe und sagen ob alles richtig ist naja da muss man gucken hat er gesagt so also fahre ich jetzt erst mal dahin werde die gasflasche wechseln ja und dann geht es weiter für mich an die mosel nach enkirch im streitenverlauf drei kilometer folgen Rechts abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Hallo liebe Videofreunde, ich bin in Engkirch angekommen und das war heute echt ein anstrengender Tag. Und was ein Glück bin ich heute gefahren, weil ich habe mir das nämlich gedacht, dass das hier total voll ist. Ich war dann in Bingen noch einkaufen im Aldi, dann habe ich die Gasflasche getauscht, ich habe es hingekriegt. Na ja, dann endlich irgendwann bin ich hier angekommen, war ehrlich gesagt schloss kaputt, ehe man dann auch wieder alles ausgeräumt hat, bezahlen gegangen ist, mit dem Hund Kassi gehen, Futter für den Hund machen, dann habe ich Futter für den Hund heute gekocht, der kriegt ja jetzt neuerdings gekocht. Und Kartöffel habe ich gerade gekocht, für ihn, alles für Dolben. Ja und jetzt werde ich gleich Essen vorbereiten. Ich habe schon hier so ein bisschen mal vorbereitet und zwar gibt es bei mir heute Spaghetti mit Garnelen in einer Zitronenweißwein Sahnesauce. Ein bisschen Spargel kommt noch mit dazu. Ja und das war's. Da werde ich mich jetzt auch gleich Spaghetti schon mal vorgekocht. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich das mache, wie ich die jetzt hier raushole. Wenigen Wasser, ich will das nicht in den Abfluss machen, weil das riecht so. Ich habe mich nämlich extra in die Nähe von der Entsorgung gestellt, dass ich das Wasser immer wegbringen kann. Deswegen werde ich mir jetzt hier so einen Topf aufnehmen und dann mache ich die jetzt erstmal rein. Die stelle ich jetzt erstmal beiseite. So, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen Knoblauchöl schon reingemacht. Noch meine Fliegengitter zu, weil der Knoblauch hier immer so schnell verbrennt. Und das mische ich jetzt mit ein bisschen Sonnenblumenöl. Heiß begehrt. Die Flasche hebe ich mir natürlich auf. Da fülle ich dann wieder ab, weil die kleinen Flaschen sind super. Und unsere Selbstzündanlage geht ja immer noch nicht. Da gebe ich jetzt die Garnelen rein. Ich habe übrigens alle meine Gewürze eigentlich vergessen. Das heißt Salz, Pfeffer, Paprika, das habe ich ja immer dabei. Aber so Estragon, Thymian und sowas, das habe ich sauer oder alles irgendwie vergessen. Naja. Ah ne, ich habe noch ein bisschen Chiliöl. Das mache ich jetzt auch noch ein bisschen dazu. Ich weiß nicht schon wieder zu viel. Das ist für mich sehr schwarz. So, jetzt habe ich ein bisschen Spargelstückchen mit reingemacht. Dann lasse ich das noch ein bisschen anbraten. So, jetzt trauze ich da noch ein bisschen Zitrone. Ich habe immer mit einer Hand ein bisschen schwer, weil ich die Kamera halten muss. Ui. Okay. So, drüber. So, dann mache ich jetzt die Sahne hier drüber. So, jetzt mache ich hier noch die restliche Zitrone rein. Jetzt mache ich noch ein bisschen Weißwein dazu. Den habe ich noch, weil der ist mir eigentlich zum Trinken zu sauer. Aber zum Kochen genau richtig. Gut. Und da ich keine frische Petersilie habe, nehme ich die aus dem Glas. Geht auch mal. Lecker! Lecker! Da mache ich jetzt auch das Zeug noch rein, weil dann kann ich das auch wegschmeißen. So, und jetzt kommen die Spaghetti dazu. Boah, die kleben natürlich jetzt. Das war mir klar. Schade. Ja, Lecker! Schmeckt wirklich gut. Sehr, sehr lecker. So, jetzt geht es weiter ohne euch.